...die es zuerst schon im Kunstturnen eingeführt hat beim DTB-Pokal, um die Attraktivität zu steigern, vor allem natürlich auch für die Zuschauer. Also, nochmal Jana Bartürschina. In der Grand Prix Wertung übrigens auf Rang 2 hinter Elena Vietrichenko. Und nun nochmal viel Vergnügen bei Jana Bartürschina und den Gypsy Kings. Rang 2 Rang 2 Rang 2 Musik Unglaublich viel Tempo, unglaublich viel Elan in dieser Vorführung. Sie holt sich übrigens ihre Anregungen im Zirkus. Die kleine Zirkusprinzessin Jana Bartöschina, für mich auch die große Favoritin für die Weltmeisterschaften im Oktober in Berlin. Ihr großes Vorbild ist die zurückgetretene bulgarische Weltmeisterin Maria Petrova, weil sie ihrer Meinung nach wie Carmen tanzt. Und dies eine der Schwierigkeiten, das Band geht nach hinten und sie zieht es zurück und fängt es wieder. Das gibt natürlich Bonuspunkte.